Die Jungs sind 14-jährig. Sehr guter Start oben für Leerloch von der Hanauer AG. Die Augen guter Start oben auf den Rastkirchen. Das ist der Georg Schöpfe. Aus Weiburg. Da oben der Lukas Magnus aus Hanauer. Das ist von Hanauer AG. Damit auch platter als Max 3. Aber da ist die Rastkirchen überhaupt nicht entschieden. Das Rett ist noch lang. Aber jetzt hat sicherlich einiger Veränderung gegeben. Bei Wolken Schöpfe. Aus Freiburg. Jetzt sehen wir mal. Die Gutsche sind ein bisschen nach vorne. Da haben wir noch nicht gewohnt. Jetzt haben wir mal, Da haben wir noch ein bisschen geanteilt.